Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns einen Scam genauer an und zwar hat die Börsenkommission eine Handlung gegen Veritasum ausgelöst, das schauen wir uns kurz an. Dann Barclays und Coinbase lösen ihre Partnerschaft auf, was da dahinter steckt und dann noch der Cardano-Gründer kündet Cardano 1.6 und sein neues Projekt an. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um das hier und zwar heisst das Ganze Veritasium und Reggie Middleton, der Gründer von Veritasium. Und zwar sagt die Börsenkommission, 2017 soll dieser Reggie Middleton in einem illegalen ICO mehrere, das heisst doppel- oder zweistellige Millionenbeträge bekommen haben und in diesem ICO entsprechend Gelder veruntreut haben. Das heisst er habe Gelder, ich glaube 500.000, 600.000 für eigene Projekte angewendet bzw. das Geld aus der Firma rausgenommen und dann für andere Sachen benutzt. Er habe auch mittels, soviel ich weiss, auf EtherDelta habe er das Volumen entsprechend aufgepusht. Es steht hier immer wieder Statements unter anderem in einem E-Mail, welchem er sagt, dass auf EtherDelta das Volumen zu tief sei und er jetzt dafür sorge, dass das Volumen nach oben gehen würde. Das heisst er würde indirekt selber traden oder eben jemanden anstellen, um das Volumen rauszubekommen. Im Juni 2018 wurden nur 75 von den 2 Millionen Tokens, die man bekommen hat, für Analyse, Recherche und Forschung gebraucht. Der ganze Rest sind immer Gelder, die entsprechend bei ihm wahrscheinlich auf der Kasse gelandet sind. Dazu kommt, dass etwa 2 Millionen US-Dollar in Form von Ethereum dann auch noch wegtransferiert wurden. Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass da etwas im Busch ist mit der Börsenkommission, hat dann wahrscheinlich diese 2,3 Millionen wegtransferiert. Jetzt, wieso spreche ich darüber oder wieso ist das relevant? Zum einen, das ICO-Thema ist ein heikles Thema und ihr wisst, dass ich da ein bisschen eine kritische Meinung darüber habe. Jetzt, für all die Leute, die in diesem ICO mitgemacht haben oder in anderen ähnlichen ICOs mitgemacht haben, müsst ihr jetzt Angst haben. Ich würde sagen, nicht direkt, außer ihr habt den ICO selber geleitet. Dann könntet ihr wirklich ernsthafte Probleme bekommen. Ein ICO ist so oder so schon kritisch, weil er von der Börsenkommission relativ genau angeschaut wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass beim ICO Gelder gesammelt werden und wenn die dann nicht eingesetzt werden, dann ist die Börsenkommission auch relativ schnell eigentlich auf dem Rücken. Und dann eben im Fall von Reggie Middleton war es, glaube ich, auch noch, dass er sehr viel von seinem Wohlstand quasi dann auch auf Social Media etc. gezeigt hat und das Ganze auch noch angepriesen hat. Aber wie gesagt, also ICOs, ein bisschen kritisch. Wenn ihr jetzt als Investoren in ICOs tätig seid, jetzt bei heutigen ICOs, gestrigen ICOs etc., weil der ist ja von 2017, das ist zwei Jahre her, würde ich sagen, bei ICOs nach wie vor aufpassen. Also den Leuten werden eben schnell noch irgendwelche Gewinne versprochen beziehungsweise die ICO-Kreierer sind jetzt ein bisschen geschickter und verschleiern das Ganze ein bisschen und versprechen eben nicht direkte Gewinne oder Anteile an der Firma, sondern es wird dann nicht mal von Dividenden, aber von Profitteilnahme etc. gesprochen und so. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze anpreisen kann. Nichtsdestotrotz, ich empfehle euch, falls ihr bei ICO investieren möchtet, unbedingt die Details genauer anschauen, die Leute dahinter genauer anschauen. Wenn es No-Names sind, wenn es Leute sind, die aus dem Nichts gekommen sind und jetzt viel Geld haben möchten, dann muss man da meiner Meinung nach sehr, sehr vorsichtig sein. Deshalb auch bei Blue Alpine Research, was ich hier mache, ist eigentlich etablierte Kryptowährungen und Blockchain-Projekte analysieren und nicht ICOs. ICOs meiner Meinung nach nach wie vor noch ein Scam-Vehikel beziehungsweise ein Vehikel, bei welchem ein großer Teil Scam ist und nur ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich brauchbar ist. In der nächsten News-Story sprechen wir über Barclays. Barclays, die Bank aus Großbritannien, hatte eine Partnerschaft mit Coinbase. Ziel davon war das sogenannte UK Faster Payment Scheme, so heisst das Ganze. Und da wollte man grundsätzlich britische Pfund von Coinbase fast instantaneous, also sofort abheben können. Das heisst, ich zahle auf Coinbase etwas ein, trade ein bisschen, mache mein Geld und möchte jetzt meine Bitcoin in britischen Pfund auszahlen lassen und dann entsprechend mit dem System Faster Payment Scheme kann ich das sofort auf mein eigenes Bankkonto machen, eben idealerweise dann auch noch bei der Barclays und beziehungsweise die Barclays Bank hat da einfach die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, dass ich dann relativ schnell das Geld rausbekomme. Jetzt sieht es aber so aus, dass diese Partnerschaft zu Ende gegangen ist. Wieso genau, will keiner richtig sagen. Barclays hat Partnerschaften auch mit Circle und auch diese Partnerschaft bezüglich der ist schon lange nichts mehr bekannt, vor allem weil Circle ja jetzt, ich glaube, in die Bahamas gezügelt ist und sich jetzt nur noch aufs Crypto-Trading fokussiert und nicht mehr auf den Börsenalltag quasi und auf Seiten Coinbase sagt man, dass es eventuell ein Druck von Seiten Barclays gewesen ist, sei es wegen dem fehlenden Handel oder wegen der fehlenden Regulierung. Man munkelt eben, dass die Leute ein bisschen kalte Füße bekommen haben bei der Barclays und das entsprechend für Probleme gesorgt haben soll. Auch interessant, diese Woche hat Coinbase Zcash delistet, also sie haben Zcash von der Plattform genommen und Zcash natürlich, das kann zwei Gründe haben, das eine natürlich zu tiefes Volumen, das ist also nicht interessant für Coinbase, das Ganze zu unterstützen. Das kann ich mir aber fast nicht vorstellen, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber was natürlich Zcash ist, ist eine Privatsphäre-Währung und deshalb hat man entsprechend eventuell Bedenken gehabt, dass es für Geldwäsche etc. benutzt werden könnte. Fakt ist aber auch, bei Coinbase sind alle KYC und AML gesichert, das heisst man überprüft die Benutzer, bevor man sie traden lässt. Grundsätzlich kann man da nicht viel falsch machen. Coinbase hat aber bereits eine neue Partnerschaft und zwar mit der Clear Bank in Großbritannien und Clear Bank hat da grundsätzlich die gleiche Möglichkeit wie Barclays mit diesem FPS-System, allerdings kam es zu ein paar Tagen Verspätung jetzt bei den jetzigen Zahlungen, als diese Partnerschaft eben aufgebrochen wurde. Letzte News-Story vom Tag, wichtige und spannende News und zwar der Cardano-Gründer Charles Hoskinson kündet den Release von 1.6 für Cardano aus. Er hat auf Twitter das Ganze kommentiert und hat auch gesagt, falls ihr Wallet-Versionen oder Screenshots von der letzten, neuesten Wallet-Version von Daedalus habt, gerne unter diesem Post posten. Das heisst, falls ihr da Screenshots habt oder eben diese Daedalus-Wallets braucht, unbedingt einen Tweet an Charles Hoskinson schicken. Coole Sache, dass da eine neue Version kommt, müsste man auch noch genauer anschauen, was sich genau ändert und das können wir dann in einer separaten Folge machen. Jetzt wichtig für Hoskinson und für die Cardano-Halter, meiner Meinung nach fast wichtiger als dieser Release, ist, dass Hoskinson sich jetzt einem neuen Projekt widmet und das heisst Polymesh. Polymeshs Ziel ist an sich, eine Art Wertpapier-Plattform auf der Blockchain abzubilden, sodass mehrere Wertpapiere oder eben grundsätzlich digitalisierbare Papiere, Assets etc. entsprechend abgebildet werden können. Er hat Ethereum mitgegründet, er hat Cardano mitgegründet, also ein sehr begabter und gescheiter Mann und möchte jetzt mit Polymesh seinen dritten Hit eigentlich gründen. Meine Bedenken wären hier eigentlich nur, was bedeutet das für das Projekt Cardano? Jetzt kann man natürlich sagen, ja im Alltag ist er vielleicht sowieso nicht mehr der Hauptentwickler von Cardano, da sind wahrscheinlich noch andere mit dabei, plus er ist der CEO von Io HK und Cardano ist einfach ein Projekt der Io HK, von daher könnte man sagen, okay Polymesh wird auch einfach ein Projekt sein und das wird halt ein Unterprojekt sein von der Io HK. Grundsätzlich machbar so, ich würde einfach wirklich verstehen wollen, was seine Rolle genau da ist, beziehungsweise was das für seine Rolle bei Cardano bedeutet. Das war es von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, aber nicht auf dem Podcast. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.